Armour Mobile Security Germany ist ein Unternehmen der Armour Holdings, einem weltweit führenden Hersteller für Sicherheitsprodukte für Polizei, Militär und Privatanwendungen. Sichere Fahrzeuge aus sicherer Hand. In einer weltweit einzigartigen Produktionsanlage entstehen bei AMS Germany gepanzerte Fahrzeuge, die dem denkbar höchsten Sicherheitsstandard entsprechen. Konstrukteure und Designer legen alle Daten für den kompletten Fahrzeugumbau fest. Nach diesen Vorgaben entstehen gepanzerte Fahrzeuge und individuelle Luxuslimousinen als Einzelanfertigung oder aber als Serienmodell. Jedes Fahrzeug durchläuft eine von vier parallelen Produktionsstraßen. Nach der Anlieferung und einer technischen Abnahme werden die Limousinen zur Produktion vorbereitet und soweit demontiert, wie es für die weiteren Arbeitsprozesse notwendig ist. In der Abteilung Stahlbau werden speziell geprüfte Stähle verarbeitet. Sie sind die Grundlage der Sicherheitspanzerung von Trasko-Fahrzeugen. Schusssichere Stahlplatten, sprenggeschützte Fahrzeugböden, modernste Sicherheitstechnologien. Nicht nur die Karosserie und der Innenraum werden gepanzert oder verstärkt, auch die Fahrzeugtüren und Fahrwerke. Alle Komponenten werden in einem präzisen logistischen Prozess just in time zusammengeführt. Edles Material, herausragende Lackqualität, modernste Verarbeitung. Trasko-Fahrzeuge zeichnen sich vor allem durch das Zusammenspiel von maximaler Sicherheit, maximalem Komfort und maximaler Ästhetik aus. Zu den exquisiten Oberflächen des Fahrzeuges gehören neben dem Lack auch ausgewählte Materialien im Innenraum. Feinste Leder und Stoffe, erlesenste Hölzer und hochglanzpolierte Metalle. Zusammen mit allen technischen und ästhetischen Komponenten, die das Fahren und Gefahrenwerden zu einem Genuss machen, verlassen die Fahrzeuge das Werk. Für anspruchsvolle Kunden und für deren Sicherheit.